Hallo und es ist seit unserer letzten Aufnahme schon zehn Tage oder so her, denn Dena ist jetzt zurück aus dem Skiurlaub oder aus der Ski-Tour, Ski-Trip. No Trip. So in Ordnung, das kannst du ruhig machen, aber ich zünde das ganze Ding jetzt schon mal an, da haben wir unser Portal und gleich geht's da rein und dann sterben wir direkt in der Laba. Sollen wir reingucken, was da so drin los ist? Ich wäre stark dafür. Mann, denn? Also ich werde meine Diamanten nicht teilen, wenn ich meine Spitzhack verzaubertue. Oh, wir müssen noch. Wenn ich meine verzaubert bekommst du auch nichts ab. Nee, aber du kriegst zuerst nichts ab. Okay, muss man einfach mal sagen. Jungs und Mädels natürlich. Macht Spaß. Ich habe alle getötet, Dena. Warum? Ich dachte letztlich, wir hätten da so viele Babyküle. Da waren so viele Babyküle. Da waren so viele Babyküle. Ist nicht dein Ernst, Alter. Scheiße. Ich habe 16 Weizen mir geholt und wollte ihn schön vermehren. Stattdessen stehe ich hier im Nichts. Nein, du hast nicht alle bis auf drei kleine Babyküle getötet. Ich habe eine Wüste gefunden, eine Wüste, wo er immer noch nicht waren. Wenn wir Glück haben, hier ist vielleicht ein Wüsten Dingens. Soweit ich ein Wüstendorf oder sowas finde, dann mache ich ein Portal auf. Dann kommst du wieder durch. Und dann erkunden wir es zusammen. Ja, ich bin so. Oh mein Gott. Du hast ein Dorf gefunden? Direkt ein Wüstendorf, komm durch. Okay, ich kann mal. Direkt ein Wüstendorf. Wie hast du das so schnell gefunden? Ja, ich bin in die Wüste gelaufen. Und das erste, was ich sehe, ist... Ja, komm, komm durch, komm durch. Warte, ich muss kurz noch mal ein Portal. Loll. Ja, sehr gut. Aber so viele sind das gar nicht, ne? Doch, doch, doch. Das sind genug. Nein. Wenn ich abbauen... Oh mein Gott! So dummer Spasti! Hä, was denn? Mit der Endergun hätten wir die einfach so mit rüber nehmen können. Jetzt haben wir Verluste durch. Du brauchst die ab und kriegst keine drei Bücher dadurch, sondern du kriegst nur zwei oder so. Ich habe 21 Bücher bekommen. 21 durch drei sind sieben. Pass auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da waren genau sieben. Selber Dummkopf. Dummkopf. Glück gehabt, Glück gehabt. Alter, ich habe schon gedacht. Das war ich. Ach! Du hast es so gemacht, dass man in deinem Portal reinfällt und dann... Ach so, von meinem Portal in deinem Portal... Aua! Ei! Guck dir mal die ganzen Kühe an. Erstmal nicht töten. Bitte erstmal alle vermehren hier. Ja, ja. Ich habe auch noch Weizen. Die Stinks kann man schon mal vermehren. Wo bist du denn? Guck mal hier. Hä? Ist das ein Bug? Die sind 10.000. Ah, wirklich 10.000. Ich gucke, ich gucke, ich gucke. Hier, da. Siehst du das? Ich gucke, ich gucke, warte. Hä? Das sind echt so viele Eier. Hä? Ich kann nicht einsammeln. Warte, ich werfe was weg. Das ist locker ein Bug. Die Pferde haben da hingehlt. Das sind gar keine Eier. Das sind Pferdeäpfel. Ne, das sind... Richtig viele. Soll ich irgendwo hinwerfen? Hä? Das ist richtig komisch. Aber ich bin dafür, wir machen so eine Eierfarm. Moment, meine Stimme ist komplett weg. Dann haben wir dann genug. Dann rede nur noch ich. Das ist gut. Okay. Ja, also... Keine bösen Wörter, ne? Glaub ich nicht. Juckt mich nicht, ist kein schlimmes Wort. Doch, weil wenn es juckt, dann hat man... Hat man Geschlechtskrankheiten und deswegen ist das böse. Okay, gut. Dann sage ich das nicht mehr. Hm. Ich brauche ein Papier. Moment. Oh nein! Guck mal, was da drin passiert! Nein! Oh nein! Lass sie in Ruhe! Nein! Wie ist das denn passiert? Kacke! Nein, die Villager sind... Hä, wie konnte das denn passieren? Wir haben nur noch zwei Villager, aber die können sich vermitteln. Wir müssen denen ein Haus bauen gleich mal. Von meiner Farm vielleicht? Vielleicht von deiner Farm. Hast du vielleicht von meiner Farm nicht nachgepflanzt? Weil bei meiner Farm wurde irgendwie nicht nachgepflanzt. Obwohl ich das extra so angebaut hatte. Das ist seltsam. Äußerst seltsam. Ich wette, du bist schuld. Gemeiner! Ich distanziere mich von dieser Beschuldigung. Und so. Ah. Ja, Level 30! Jau! Okay. Okay. Das ist jetzt aber sehr verantwortungsvoll. Sieht ihr das Richtige aus? Ich habe schon verzauert. Leider kein... Was ist es? Ja, das wird eine sehr sehr lange haltbare. Weil sie hat nämlich Effizienz 4 und Haltbarkeit 3. Also es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Weil wir können damit jetzt sehr sehr viel abholzen und mehr Diamanten kriegen. Aber ich hätte lieber Glück gehabt. Lassst du dir mal dreimal reintun. Ich mache dreimal reintun. Ich mache dreimal reintun. Oh Gott! Ich hoffe, du kriegst Glück. Glück, 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 Glück! Ah! Drei, zwei! Ich habe schon gedrückt, aber ich habe noch nicht raufgeguckt. Oh! Nee! Ich weiß nicht, was es ist! Was? Es ist so schlecht! Was? Ich habe nur Effizienz 4, sonst nichts. Sich mal Haltbarkeit. What? Aber weißt du, was wir jetzt machen? Wenn wir jetzt eine Person schon stark bei Spitzen hatten haben? Dann gehen wir jetzt auf Diamantensuche. Ja, okay. Verzauberungstisch hier. Ähm. Wo war das hinstellen? Ich sterbe! Nein! Nein! Dena! Alter, ich habe eine kaputte Stimme. Warum machst du das? Ja, weil diese scheiße Verzauberung hat. Das Leben hat keinen Sinn mehr. Ich wollte ein Reset machen. Oh! Oh! Vorsicht, es explodiert! What the fuck? Hä, was ist explodiert? Oh, da war ein Creeper. Noch ein Creeper. Zurück ist der. Nein! Ist das dein Ernst, Simon? Alter! Nein! Nein! Dumm! Mann! Alles okay. Ja, nicht alles okay. Schwachsinn, gar nicht alles okay. Ist alles wieder sicher, ist alles wieder sicher. Ja, aber Kühe sind gestorben und das ist nicht gut. Ja, das stimmt. Nicht töten! Nein, komm! Kein bock dir zu tun. Alter, du hast nix, ist wieder heil! Du hast das scheiße gebaut! Ja, ist alles sicher. Ja, aber es sieht kacke aus. Komm doch erstmal fahren jetzt. Wir wollen auch unsere Zeit sinnvoll nutzen. Mann! Irgendwann räumen sie das alles wieder auf. Ich höre ganz viele. Ja, die können sich da sammeln. Ne. Die müssen hier... Ja! Was? Was? Verdammt gut. Hier. Du hast n' Spawner gefunden? Ja. Okay. N' Dungeon. Hier ist voll nicht schlecht. Richtig viele, richtig viele. Hau sie kaputt! Wehe, du stirbst dich, ne? Ich hab mich hier nicht kaputt machen. Nicht das Ding kaputt machen. Aber wir müssen das Ding brauchen wir doch nicht mehr. Das können wir aber irgendwann mit nach Hause nehmen für den Monster Spawner. Na gut, hier ist es jetzt nicht wirklich sinnvolles drin, leider? Ne Portal Gun! Und ein Sattel und ne Diamantpferderüstung. Hier ist ne Portal Gun drin, Dena. Hier ist halt noch ne Portal Gun drin. Ja gut. Guck mal rein. Guck mal hier rein. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.